Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Es geht weiter mit Informationen zur Season 2.0 und hier muss man ein bisschen aufpassen, es gibt nämlich einen Fehler bei Massive Ubisoft, zu dem kommen wir aber gleich. Als allererstes, wie die meisten wissen, ab Dienstag, also dem 29. Oktober, wird Season 2.0 erscheinen. Laut ihren Twitter wird es so sein und sie haben auch angekündigt einen Livestream und zwar der ist am 28. Oktober und hier ist ihnen ein kleiner Fehler unterlaufen, denn wenn wir jetzt in diesen Tweet hineinschauen, dann schreiben sie, passt auf, wir haben einen Livestream für Season 2 am 28. Oktober. Es wird so sein, dass der neue Exciting, also aufgeregt, wir sind aufgeregt auf diesen Content, am 29. erscheinen wird und es wird um 4.30 Uhr CEST stattfinden. Das Problem aber, am Montag ist nicht mehr CEST, es ist nämlich schon die Winterzeit, ihr habt nämlich heute, wenn das Video scheint, die Uhren umgestellt. Ich habe es gegengecheckt, denn wenn ich jetzt nehme die Zeit 7.30 Uhr EMPT und kompäre das zu meiner Zeit, das ist dann um 18.30 Uhr und ihr seid aber jetzt 3 Stunden hinter mir. Also ist es dann nicht 18.30 Uhr, sondern es ist dann eben 15.30 Uhr. Das heißt also, ihr Tweet stimmt nicht, denn es müsste heißen, um 3.30 Uhr Nachmittag CET, ohne Sommer. Also hier aufpassen, der Stream wird also am Montag sein um 15.30 Uhr und nicht um 16.30 Uhr, so wie sie es hier reingeschrieben haben. Was erwartet uns aber jetzt in diesem Livestream? Naja, wir werden wahrscheinlich, denke ich mal, die ganzen Änderungen oder auch Sachen nochmal erfahren, was kommen. Ja, die, die was PTS gespielt haben, die kennen eh schon die meisten Waffen und so weiter. Wir werden ein bisschen einen Film bekommen. Das Stream dauert circa eine Stunde. Es wird eben sein, ja, 6 Season 2 Shades of Red. Ja, mal sehen, was alles drinnen ist. Und das Red wird wahrscheinlich auf die Uhr bezogen sein, ja, auf die roten Uhren. Und natürlich, und hier aufpassen, ich werde morgen am Montag ihren Livestream restreamen, bei mir auf Twitch und auf YouTube, auf beiden Plattformen. Hier werde ich nochmal erklären auch und nochmal darauf hinweisen, dass es ab Dienstag Twitch-Drops gibt, aber die nur auf Twitch. Das heißt also, wenn ihr am Dienstag dabei sein wollt, hier werde ich dann auch schon früher streamen, dann auf Twitch. Ich werde es da auf YouTube auch restreamen, also noch als Backup, noch auf YouTube zusätzlich streamen, aber eher, dass die Leute verstehen, ah, okay, der Charles ist jetzt da, aber ich werde es auch wieder im Stream sagen, kommt drüber auf Twitch, wenn ihr diese Twitch-Drops braucht oder wollt. Ja, also so wird es ablaufen und ja, ich bin gespannt darauf, was es morgen bei diesem Livestream geben wird. Vielleicht irgendwelche interessanten Sachen oder Überraschungen, ja, wir wissen es nicht, aber wir werden es dann morgen sehen. Und wenn du Bock hast, wenn ihr Bock habt, dann zusammen eben auf YouTube und Twitch. Somit, ich hoffe, dieses kurze Video am Sonntagnachmittag hat gefallen, Kommentare, Like, Abo wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.